so Ohhhh! Ich habe mir einen etwas düsteren Choral ausgesucht und auch, ich habe gestern Abend noch ein bisschen probiert, im Performance Modus die Soundbibliothek erinnert. Und nehme das jetzt einfach mal das, weil das andere ist intern so ein bisschen verstimmt und das ist mit zehn schwierig. Die Nacht ist vorgedrungen, der drungen, der der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh geht ein, der Hagenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. So. Weil meine linke Hand so schwach ist, übe ich das auch mit links. So. Die Nacht ist vorgedrungen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh geht ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist vorgedrungen. Der Tag ist nie, ist nie, ist nie, ist nie, nicht mehr fern. So ganz langsam üben. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wird zur Nacht geweinet, der Stimme froh geht ein, der Morgenstern bescheinet, der Morgenstern bescheinet. Der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Der Schlossabend ist schön. Der Schlossabend ist schön. Der Schlossabend ist schön. Der Schlossabend ist schön. Der Schlossabend liegt daran, dass es zwei Kreuzchen hat. Eigentlich ist das die Kirchentonart, die am meisten Angst macht. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie sie heißt. Das ist auf jeden Fall die dritte Stufe der Dur-Tonleiter. Das Problem ist, mit zwei Kreuzchen geht das immer noch. Und das sieht verdammt nach die Dur aus. Denn da ist das Cis drin, das ist das. Und das wird ein Leitton zu dem Akkord. Und deshalb geht das sich aus. Wie man so schön in der Tischlerei zu sagen pflegt. Das geht sich aus. So. Man kann das Ganze natürlich auch mit Taktil üben. Ich bin jetzt hier bei 56. Ein bisschen langsamer. 52. Nur das Problem ist, in dem Stück gibt es Taktwechsel. Deshalb funktioniert das nicht. Wenn man da so einfach hingeht und da immer so eine Leichenklapperei einstellt. Was gibt's? Ja, es gibt Taktwechsels in mir. Verursacht auch Unbehagen. Verursacht auch Unbehagen. Abonnieren. So. Verursacht auch Unbehagen. Das war's. 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 Das war's.